Herzlich willkommen meine lieben Dudes und Dudes zu einer neuen Folge mit Waxford Youth und ja, euer Taldo hier wieder am Start. Ich möchte mich wieder bei euch bedanken für euren Regensupport. Wir haben, glaube ich, aktuell noch nicht ganz 300 Likes. Vielleicht kommt das heute noch, ich weiß es nicht. Aber zum Punkt der Aufnahme ist es noch nicht ganz so. Aber ich denke mal, heute ist wieder der Zeitpunkt erreicht. Heute schaffen wir 300 Likes, das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und wir sind mit unserer Mannschaft ja relativ gut davor, ja. Also wir haben eine gute A- und eine gute B-Mannschaft. Beziehungsweise, mir fehlt so ein bisschen ein zweiter Mann in der B-Mannschaft, wenn ich das richtig sehe. Zack und Jimenez, also dass es genau das Gleiche ist wie die A-Mannschaft von der Formation her, was ja gar nicht verkehrt wäre, wenn wir zwei gleiche Mannschaften hätten. Dann könnte man Greco hier rausnehmen und Blanco da reinsetzen. Ich glaube eher, aber Blanco ist nicht ganz so gut. Wer erwartet, also Serra ist ja in der A-Mannschaft morgen. Oder Olivera ist jetzt die Frage. Ich glaube, morgen können wir einfach mal reinstellen. Dann wäre das schon eine, naja, passable B-Mannschaft. Morgen müsste er eigentlich in eine dritte Mannschaft, würde ich sagen, von der Stärke her. Aber wenn er sich jetzt noch ein bisschen verbessern kann, dann wäre das ja auch nicht schlecht. Gefällt mir aber soweit eigentlich alles sehr gut. Also unsere Mannschaft hat eine A- und eine B-Mannschaft. Ja, die B-Mannschaft ist noch ein bisschen dahinter, so zehn Punkte fast. Zumindest wenn wir Choi und Rufay vergleichen, der Rest nicht ganz so weit auseinander. Also ich denke mal, wir sind nicht so weit weg. Hier haben wir Falco und Beng, Conti, Mamoepa, die tun sich nicht. Also Innenverteidigung ist in Ordnung. Der Torwart ist auch nicht so weit weg. Also so weit ist das nicht. Ja, also das sieht schon nicht schlecht aus. So, das erste Angebot kommt rein für unseren Daniele Greco. Der ist, wie unser Geschäftsführer sagt, 44 bis 56 Millionen Euro wert. Und einen Spieler dieser Klasse möchte ich eigentlich ja nicht verkaufen. Deswegen werde ich auch die Angebote untersagen. Er ist super gut mit 82 inzwischen, mit 20 Jahren, 30 Millionen Mark wert. Ich könnte jetzt einfach sagen, gib mir 100 Millionen. Aber was mache ich dann? Ich will eigentlich diese Mannschaft so behalten mit Spielern, die wir selbst erzeugt haben. Die sind doch eigentlich gar nicht schlecht. Und deswegen Angebot abgelehnt. Auf ins Gefecht mit Gebrüll. Wir sind zu Hause gegen Wolfsburg am Start. Und ein Tab sieht da erstmal gelb. Okay. Ein Tab macht einen Elfmeter rein. Nicht so okay. Das sieht eigentlich gut aus, dass Greco jetzt hier den Treffer macht. Sehr schön. Wollte erst sagen, es sieht nicht so gut aus, dass wir hier so ein bisschen ins Hintertreffen gelangt sind. Aber 60 Minuten laufen. 1 zu 1. Es ist schon sehr spannend, Gerhard, mit dem 1 zu 2. Die Wolfsburger kommen nochmal zurück. Können wir hier vielleicht den Ausgleich noch schaffen? Nein, das Spiel verlieren wir zu Hause. Die Fans sind sowas von enttäuscht. Wir sind aber immer noch vier Punkte vor unserem nächsten Verfolger. Oder was wird sonst noch empfohlen? Ja, das Erondo. Das wird sehr empfohlen. Oder hat er nur eine 30er? Also da mal rein. Den werden wir hier gut mal pushen, den Jungen. Dass er dann, sobald er entsprechend ausgebildet ist, auch in den Kader rein kann. Ich glaube, der hat halt ein gutes Potenzial. Also von daher ist das nicht schlecht. Und da kommen erstmal ausgeliehene Spieler zurück. So, ihn packe ich mal auf die Leihliste für ein Jahr. Mehr geht wohl nicht, weil sein Vertrag nicht mehr so lang ist. Ecke. Zeigt großes Potenzial. Können wir aber trotzdem auf die Leihliste nochmal packen. Der Gil zeigt auch großes Potenzial. Der kann aber zwei Jahre mal rauf. Mal gucken, was es da gibt. Ich glaube, ihn packe ich auch mal rauf. Zwei Jahre zur Leihe. Den Ethel, den haben wir ja Ewigkeiten gebraucht, um den da verliehen zu bekommen. Und der Liam Wright, den packe ich auch nochmal raus. Zur Leihe zwei Jahre. Dann sollte das hier alles passen. Yang, ich vielleicht auch nochmal zwei Jahre raus. Und dann bin ich soweit eigentlich zufrieden. Da Costa, der bleibt auf jeden Fall. Hat Potenzial was Besonderes zu werden. Wenn wir den verleihen, wird das Potenzial eventuell niedriger. Und das möchte ich ungerne. Wenn hier zum Beispiel steht, das hatten wir vorhin gesehen, zeigt großes Potenzial, dann ist das bis 85. Das heißt, das kann sich immer noch gut verbessern. Mit ein bisschen Glück. So, da gibt es nochmal ein Angebot. Und zur Leihe darf der Blanco mal weg. Blanco, ich hoffe, das ist die richtige Entscheidung. Zeig uns, was du kannst auf Teneriffa. Und die wollen mir den Antonio Rico Salguero abkaufen. 13,5 Millionen. Habe ich den nicht erst gekauft. Das bist du, ne? Kontaktiert von Nantes. Der war nicht schlecht. Den habe ich, glaube ich, für 11 Millionen gekauft. Und jetzt wollen sie mir abkaufen für 13 oder sowas. Kürzlich von Eindhoven gekommen. Für 11 Millionen. Die sagen 13,5 Millionen. Also, ich habe ihn jetzt nicht so oft eingesetzt. Er ist eigentlich gar nicht so schlecht als Spieler. Aber wenn die mir jetzt hier schon so Angebote machen. Dann machen wir mal 20 Millionen. Wenn ihr das annehmt. Oder mir ein gutes Gegenangebot macht. Dann können wir drüber sprechen. 20 Millionen. Das ist ein doppelter Marktwert. Mal sehen. Dann mal ran mit der B-Mannschaft. Auch der Salguero ist wieder mit am Start. Mal sehen, wie wir uns hier gegen Everton schlagen. Besic. Der Alain Besic. Der Besicat. Der sieht dort gelb. Bisher passiert aber sonst nicht viel. Joy mit dem 1-0. Sehr gut. Am Ende aber 1 zu 1. Du Schneiderlin. Ärgerlich. Habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass wir da nochmal einen kassieren. Und Spieler verliehen. Das ist gut. Nationalofferte will ich nicht. Und Akpan. Danke, dass sie mich einsetzen. 18 Millionen. Oh, jetzt wird es aber interessant. 18 Millionen. Wollen sie mir bieten für Salguero. 18 Millionen. Nehme ich das jetzt einfach an. Er ist natürlich kein schlechter Spieler, ne? Wenn sie 18 Millionen. Komm, bevor wir jetzt da nochmal um eine Million das wieder raushandeln oder so. Nehmen wir mal an. Wir haben auf jeden Fall gut Profit gemacht. Wir kriegen davon vielleicht so 15 Millionen. Also wir haben Plus gemacht. Deswegen ist das nicht schlecht. Mal sehen, was die daraus machen. Ob sie das auch verhandeln können. Und die nächsten Angebote. Jetzt wollen sie mir meinen Torhüter abkaufen. Nein, danke. Das geht leider nicht. Und zwei Jahresleihe für Yang. Okay. Chen Yang. Spaß. Damit geht es ab in die nächste Runde des FA Cups. Wexford gegen Porto. Jungs, das schafft ihr. Wir sind zu Hause. Wir haben da noch einen kleinen Bonus. Drücken wir die Daumen, dass das hier auch gut läuft. Ihr seht da unten die ganzen Tore durchrattern. Im FA Cup passiert sehr viel. Jones trifft zum 1 zu 0. Sehr gut gemacht. Guter Junge. Sehr, sehr schön. Erste Hälfte durch. Ufer verschießt den Elfmeter. Das muss besser werden. Definitiv. Jones zum 2 zu 0. Am Ende 3 zu 1. Greco und Corona. Wunderbar. Damit bin ich zufrieden. Sehr gut. So. Wir kriegen ein Angebot für Rufai, was wir ablehnen werden. Wir haben 13,5 Millionen zurückbekommen. Ui. Da sind wir so ein bisschen im Plus geblieben. Also zweieinhalb Millionen. In Ordnung. Turnierpreis. Gärt nochmal 85.000. Das ist lächerlich. Jetzt gucken wir uns mal das an. Huh. Die sagen 54 Millionen für unseren besten Mann. Kelvin Rufai. Könnte aus Spaß mal hier so eine 1 vorsetzen. Aber das möchte ich nicht machen. Ich würde eher sagen, wir machen den hier. Damit Ruf halt bei uns bleibt. So. Jetzt wird es schwierig. Galatasaray. Die sind zu Hause. Die spielen deswegen mit unserer A-Mannschaft, die nicht ganz sauber frisch ist. Aber das sollte passen. Drücken wir die Daumen. Jungs. Gebt alles. Mendes Rodriguez mit dem 1 zu 0 für Galatasaray im EFL Cup Halbfinale. Oh. Moretti 1 zu 1. Sehr gut. Ich habe hier schon so ein bisschen kleine Befürchtungen. Aber dafür, dass es jetzt wieder 1 zu 1 steht, ist das schon mal nicht schlecht. Jungs. Vielleicht noch ein Trefferchen jetzt rausknüppeln. Wäre ganz gut. Weil sonst gibt es, glaube ich, noch ein Spiel. Dann dürften wir zu Hause ran. Okay. Zu Hause gegen Galatasaray im Halbfinal Rückspiel, weil wir ja nur unentschieden gespielt haben. Was sehr, sehr gut ist. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich habe auf meiner Wunschliste ein paar Spieler, die interessant aussahen. Und zwar haben wir ihn hier einmal. Ein Rv. Der hat extrem krasse Werte, wie das aussieht. Könntet ihr den mal einfach kontaktieren. Antritt 92 bis 99 sieht gut aus. Balance 85, Ausdauer 85 bis 95. Sprinten 80 bis 90. Unterschrift 7000, sagt er. Okay. 4 Jahre. Er wird wahrscheinlich wissen wollen, was er spielen darf. Sporadischer Spieler. Weil ich glaube, er ist noch nicht ganz so weit wie die anderen. Und dann hatte ich ihn hier entdeckt. Er sieht auch nicht verkehrt aus. Gute Werte. Ist wahrscheinlich noch nicht ganz so hoch bewertet. Aber ich kann die leider nicht scouten, weil die irgendwie ausgelastet sind. Und er will nur 2800. Das heißt, er hat nicht ganz so eine hohe Bewertung. Er war auch mal 4 Jahre. Und künftiger Stammspieler eventuell. Und dann hatten wir ja den einen da gescoutet. Wo haben wir ihn denn? Er hier, ne? Zweieinhalb Millionen Marktwert. Für sozusagen umsonst. 70. 19 Jahre alt. Unterschrift. Mal gucken. Auch 7000. Dann denke ich mal, ein sporadischer Spieler. Das wären halt Spieler, die einfach umsonst sind. Die auch nicht unbedingt schlecht sein müssen. Also, ich denke mal, der hier wird eh nicht gut sein wie er hier. Also auch bei zweieinhalb Millionen liegen. Na, gucken wir mal. So, das nächste schwierige Spiel in der Liga. Wir spielen gegen Leicester. Da bin ich gespannt. Gucken wir mal, wie es läuft. 3, 2, 1. 1 zu 1 am Ende. Also wenigstens ein Unentschieden rausgeholt. Die Tabelle sieht okay aus. Zwei Punkte Vorsprung vor Leverkusen. Damit können wir auf jeden Fall ganz gut arbeiten. Und der junge Mann hier auf der rechten Seite bessert sich immer weiter. Ihr seht ja, er hat ja nur 30er Werte da. Die gehen sehr hoch. Ich glaube, beim letzten Training hat er ein A. Und er hat sich einfach irgendwie zwei Level verbessert oder so. Das war schon nicht schlecht. Der erste Spieler, der hier akzeptiert. Da ist er. Eine 72. Das ist ein großes Potenzial. Okay, 3 Millionen Marktwert. Antritt 92, Sprinten 80. Hat gute Werte. Ist jetzt nicht unbedingt von Potenzial her mega krass. Aber 3 Millionen Marktwertspieler für umsonst. Finde ich, kann man machen. Und auch der Courtney Burnt nimmt an. Aufregender Mann für die Zukunft. Aha, auch nicht schlecht. Also 85 plus. Beziehungsweise ab 86 bis 90. 86 bis 90er Potenzial hat er. Das ist echt nicht schlecht. Und physische Werte, muss man sagen, sind völlig in Ordnung. Der wird dann vielleicht auch in Zukunft irgendwann mal spielen können. Ansonsten zur Not haben wir ihn einfach umsonst gekriegt. Und auch der nächste Spieler akzeptiert. Der LV, 18 Jahre alt. Nicht ganz so hoch bewertet. Ich vermute mal so eine 65 oder sowas wird er wahrscheinlich haben. Hier muss das sein. Oh ja. Aufregender Mann für die Zukunft. Auch tippitoppi. Also auch ein starker Mann, den wir irgendwann in der Zukunft mal verbessern können. Aufregender Mann für die Zukunft ist 86 bis 90. Also irgendwas in dem Bereich. Gute Werte. Sehr schön. Und das für umsonst. Gerne. 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 So. Ezekiel Ekbe. Möchte verliehen werden. Dann drücke ich ihm die Daumen, dass er mit einem höheren Potenzial zurückkommt. Dass er nicht mehr hohes Potenzial hat, sondern ein aufregender Mann für die Zukunft. Das wäre sehr schön. Und Mamoepa. Ein Angebot für Mamoepa. Der wollte ja gerne weg. Aber jetzt habe ich ihn ja ein bisschen zufriedenstellen können. Ist aber nicht schlecht. Wir haben natürlich jetzt einen neuen Ersatzmann, der aber nicht unbedingt gleichwertig ist. Der ist nicht gleichwertig. Mamoepa in der B-Mannschaft ist schon nicht schlecht. Ich versuche nochmal das Angebot ein bisschen zu erhöhen, dass wir mindestens den Marktwert kriegen. Saint-Étienne. 7,7 gehe ich mal hoch. So. Anstoß. Meine lieben Freunde. Schauen wir mal, was wir gegen Zenith aussetzen können. EFL Championship. Müssten wir eigentlich gewinnen. Gucken wir mal. 2-1. Boretti und Greco treffen. Und Mbolo auf der gienischen Seite. Okay. Aber ist in Ordnung. Dann haben wir wieder mal ein paar Punkte geholt. Und wir haben das Rückspiel des Halbfinales. Das wird hoffentlich ein gutes Spiel, weil wir zu Hause spielen. Und Belf hat ein A. Jetzt guckt euch das mal an. Das sieht schon sehr schick aus. 3 Punkte zum Teil hat er sich verbessert. Ah, schade. Sie wollen nicht so viel für Mamoepa ausgeben. Okay. Hätte jetzt gedacht, dass sie wenigstens ein Gegenangebot machen. Aber wollten sie wohl nicht. Uh, Rivero habe ich vergessen, über sein Gehalt zu reden. Es tut mir leid. Und weil ich nett bin, gebe ich ihm dann ein bisschen mehr. Ja. Und wichtig für die erste Mannschaft. Ich hoffe, dass... Das ist so witzig, ne? Wie wenig Geld die haben. Dann gibt es hier so einen Sonko Sundberg, der mit 20.000 nicht zu... Also, der halt 20.000 schon haben will. Zum Glück gibt es hier nicht irgendwie, dass die sagen, ich bin ein bisschen unzufrieden mit der Gehaltsverteilung. So, Heimspiel gegen Galatasaray. Gewonnen, Jungs. Das müssen wir jetzt aber gewinnen. Das werden wir jetzt sehen. 3, 2, 1. 2, 1 gewonnen. Und damit haben wir es weiter geschafft. Ins Finale. So, und jetzt hier nochmal ein schönes Scouting-Update. Einmal kurz reingeschaut. Der ist nichts. Der ist sowas von nichts. Das alte Schwede, wollt ihr mich veräppeln? Was geht hier ab? Was soll der Mist? Waren da irgendwelche guten Spieler bei? Nein. Was ist das denn für ein Scouting gewesen? Äh, nein. Ja, nehmen wir mal mit. Ja, okay. Hier sieht es schon ein bisschen besser irgendwie aus. Ja, warum nicht? Nein. Und warum nicht? Also, Scouting hier sieht tausendmal besser aus als in Argentinien. Dann das Angebot für Bang. Das ist abgelehnt. Bang bleibt bei uns erhalten. Ich werde nicht auf die Vertragsverlängerung eingehen. Ich weiß, es zu schätzen. Ich brauche eine Veränderung meiner Karriere. Das wird sich ähnlich verhalten wie bei Rivero, vermute ich mal. Der wird dann sagen, oh, ich bin mir nicht mehr so sicher. Ich bleibe gerne. Da nehme ich das mal nicht an, weil den haben wir uns ja auch selbst entwickelt. Den anderen haben wir ja für 11 Millionen gekauft und dann teuer wieder verkauft. Das fand ich dann in Ordnung. Aber den haben wir selbst aufgezogen. Das möchte ich dann doch nicht. So, nächstes Spiel gegen Paris Saint-Germain. Vierte Runde im FA Cup. Und das wird doch hoffentlich was. Drücken wir die Daumen. Jungs, Greco macht das 1 zu 0. Heimbonus gegen Paris Saint-Germain. Gallo siegt gelb. Okay, okay. Erste Hälfte ist durch. Greco hat uns auf jeden Fall schon mal nach vorne gebracht. Das finde ich immer nicht schlecht. Branko mit dem 2 zu 0. Genauso muss das laufen. Jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Eduardo 2 zu 1. Jetzt wird es nochmal spannend. 5 Minuten. Und gewonnen. Sehr gut. Wunderbar. 2 zu 1. Die vierte Runde überstanden. Und dann haben wir hier die letzten Stunden Spieler gesperrt. Gallo wegen zu vieler gelber Karten. Das ist ja nichts Unübliches. Da haben wir keinen Äquivalenten Ersatz an der Stelle. Serrat möchte ich noch nicht verkaufen. Die bieten 24 Millionen für unseren guten Spieler. Der hat sich diese Saison nochmal um zwei Punkte, glaube ich, verbessert. Ich hoffe nicht, dass... Ja, der könnte sich noch ein bisschen verbessern. Da geht noch eigentlich was nach oben. Lehn ich auch ab. Erst einmal. Also zumindest für diese Transferphase soll Serrat nicht weg. Oder hat sich wohl Gold gerade verkauft? Ein Angebot für Ethan Jones. Den wollte ich doch jetzt irgendwie noch verkaufen, ne? Zumindest war das meine Idee. Jetzt habe ich aber noch einen Spieler verkauft. Das heißt auch hier abgelehnt. So, Ryan Gold. Oder wie heißt der? 45 Millionen. Von Sporting zu Dingens und Carizzo. Letzte Stunde. Zwei Jahresleihe. Gerne. Wenn das noch geht. War es jetzt nur noch eine Stunde, zwei Stunden? Wie viele Stunden sind es? Ich weiß es nicht. Ist aber auch direkt verliehen. Also von daher sollte das funktionieren. Und damit ist es vorbei. In Ordnung. Das gefällt mir doch schon mal. So, Ethil verletzt sich für sieben Tage. Das ist nicht so schlimm. Transferfrist ist abgelaufen. 246 Millionen. Und dann nochmal Monatsbericht der Jugendmannschaft. 75 bis 83. Gebe ich mal frei. Bei dir. Oder Flügelstürmer. Weiß ich noch nicht. Bei ihm. 70 bis 92. Wissen wir auch noch nicht so genau. Aber es sind keine Superkracher, ne? Da habe ich nicht so ganz drauf geachtet. Der EV hier. Sieht auch okay aus. Auch keine Superkracher. Ich achte zu wenig drauf. 91 bis 94. Sehr guter Spieler. Muss ihn noch ein bisschen verbessern. Da muss ich nochmal darauf achten. Vielleicht trainiere ich ihn ein bisschen. 57. Da geht ein bisschen was. Dann haben wir Ferreya. Okay. Dann Joel Bell. Okay. Ihn hier habe ich glaube ich trainiert. Hat auch gutes Potenzial. 85 bis 91. Aber ihn hier, den Flügelstürmer, sollte ich vielleicht auch nochmal trainieren. Mancia. So, dann gehen wir auch nochmal zu guter Letzt. Einmal den gesamten Mannschaftsbericht einmal ganz kurz durch. Um das ganz kurz zu überfliegen. Da haben wir unsere Torhüter. Den trainiere ich gerade hier stark nach. Damit er auch endlich einsatzbereit ist. Falls die beiden mal weg sein sollten. Gallo verbessert sich. Auch Rizzo. Das sieht gut aus. da schon da Kosta auch plus drei insgesamt die Saison. Ferreya. Ist das der, den wir jetzt neu haben? Der zeigt großes Potenzial. Das ist in Ordnung. Dann haben wir hier Conti. Der verbessert sich. Falco. Mamoepa. Gil. Brunch. Das ist auch der neue Verteidiger. Aufregender Mann für die Zukunft. Jo. Auch nicht schlecht. Auch sieht nochmal schön in Sprinten. Plus vier. Sehr gut. Also da entwickelt sich auch noch ein bisschen was. Finde ich gut. Bang. Sieht auch in Ordnung aus. Moretti. Jawohl. Dann. Ein aufregender Mann für die Zukunft. Auch ein guter Mann. Der neue Elfer, den wir uns umsonst vom Markt geholt haben. Nicht schlecht. Romano. Akpan. Beuys. Der ist verliehen gerade. Greco. Hat sich schon recht gut entwickelt. Gute Bewertungen dazu bekommen. Kriminex. Auch gut am entwickeln. Gefällt mir. Rufay. Macht seine langen Pässe immer besser. Es sieht echt mega nice aus. Also. Da können wir doch echt was erwarten. Kopfball. Auf dem linken Flügel nicht unbedingt ganz so sehr zu erwarten. Faire Zweikämpfe. Könnte er ruhig besser machen. Denn wenn man als linker Mittelfeldspieler auch mal zurücklaufen muss. Wäre es gar nicht schlecht. Wenn man auch gut das hinbekommt. Genau wie Mann, Deckung und Grätsche. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen defensiv trainieren. So direkt Trainingseinheiten für ihn dafür raushauen. Ich denke das wäre nicht schlecht. So. Choi. Der macht das auch ganz gut. Brown. Vergara. Jawohl. Wright ist jetzt wieder verliehen. Genau. Morgan. Der ist ein bisschen dürftig. Aber sonst. Aufgegangen man für die Zukunft. Blanco. Verliehen an Teneriffa. Ekbe ist bei Marseille. Interessant. Ich habe das nicht so ganz mitgekriegt. Ich weiß noch nicht genau, was sie von ihm da wollen. Soll er da irgendwelche Spiele spielen? Wissen wir nicht. Serra hat die 80. Verbessert sich auch so ein paar Pünktchen. Sieht gut aus. Lynch. Okay. Chang ist bei Sushou. Wie auch immer die heißen. Rivero ist unglücklich. Aber ja. Sieht sehr gut aus. Ich hoffe, dass er sich auch bald wieder einfängt. Kivo Verona hat den Yang in Ordnung. Branco. Sehr schön. Volley plus 10 diese Saison. Gut. Jones verbessert sich auch nochmal auf die 81. Hat aber eigentlich. Ich weiß nicht. Vielleicht hat er sich durch unser Transfer auch nochmal vom Potenzial her verbessert. Vielleicht ist er nicht mehr bei 80. Also wenn man Spiele holt, kann es sein, dass sich die Potenziale halt verändern. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass er nur 80 kann. Hat sich jetzt auf 81 verbessert. Und ansonsten können wir noch manuell trainieren. Dann aber hier der Stefan Sonko Sundberg der Ibra Region. Stefan verbessert sich hervorragend. Hervorragend. Plus 8. Vielleicht muss ich nochmal gucken, dass ich ein bisschen andere Sachen noch bei ihm trainiere. Aber ansonsten sieht er schon sehr, sehr rund aus. Sehr, sehr gut. Dann Murphy. Ja, der braucht noch ein paar Jahre. Gallagher. Der will auch bald mal auflaufen. Ich denke mal, das können wir ihm auch bald mal gestatten. Dass er mal ein bisschen was machen darf in der zweiten Mannschaft oder so. Conceau. Romero. Das sieht nicht ganz so gut aus. Ritzo. Liao. Und dann war es das. Damit bedanke ich mich. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Lass gerne den Daumen nach oben da. Das wäre sehr schön. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.